moin moin hier aus der bonito zentrale wir haben heute von der bruna ein schönes paket bekommen und da war mal rein gucken was die liebe dame uns denn da geschickt hat packen das immer wahnsinnig gut immer sehr viel styropor pro zettelchen gibt einmal begali magnum und zweimal fingerstückchen und zwar ja genau da ist er nämlich schon für die simplex pro in weiß die einzig weiße in deutschland da möchte ich dann ein bisschen mit den fingerstücken rumspielen dann gibt es gott sei dank wieder die schönen säckchen mit denen wir die immer ausliefern die schönen tasten so dann geht es weiter eine menge grünes zeug hier noch mehr taschen dann haben wir einmal wieder simplex palladium am lager dann haben wir simplex gold auch wieder am lager simplex basic ist auch wieder da und noch eine simplex in blau aber diesmal ohne gold kontakte so dann packen wir die simplex mal raus das auch immer hier schön das putztuch immer dabei da stelle ich mir dann halt vielleicht das muss man dann halt sehen die blauen paddles vor ich habe auch noch ein paar rote oder gegebenenfalls auch schwarz komplett aber da werde ich dann nachher noch ein paar fotos zu tun also weiß hatte ich noch nie und die gibt es auch eher selten dann ist natürlich die die staubschutz hülle ist dabei oder immer mit dabei dann packen wir das mal wieder zurück und hier ist die blaue das ist wieder in diesem schönen hellblau die werden wir dann auch habe ich dann auch schon mal mit metall roten paddles paddel arme dran gemacht eine sehr schöne farbe die hat eine kunde bestellt extra ist ein wahnsinnig schwerer klotz das muss man so sagen die hat sie auch richtig gut also der hat locker zwei kilo den hat sie auch richtig gut verpackt hier und das ist dann schon echt schieres das ding ist wirklich doppelt so schwer wie die wie die simplex ja so weit von mir ich mache jetzt gleich noch mal ein paar bildchen davon und die sehen wir dann insta facebook und so weiter vielen dank fürs zusehen bei bei